aber schön fix die würde ich auch gerne also spielen also hier mache ich topf mit hier würde ich gern medivh spielen gut wenn du hier na sowohl willst dann war nicht hier mal falls da oder wie ist der plan plan die können sie nicht entscheiden die beraten sich auch noch aber 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 vielleicht kennt man hast auch keine grenzen jetzt und dann machen wir mal schön die anti mage dann spielst du artis und ich an uberrack sollen sie ruhig liming und keltas haben und dann werden die schön geanti mage hier haben wir noch ein sral mit zauber schild oder was sagt denn der mega sollte er ist doch der profi hier wozu soll ich das sagen was picken wir wie picken wir jana und nasebo oder oder wie oder was was für ein heiler spielt der kai das war da das ist an der zeit der muss durch die prüfung mit tasada den solo support zu machen erst war erst war solo bot jetzt solo support man merkt schon der kai der hat sich hochgearbeitet da muss ich mal den phoenix denken unten nur soken nur soken ja ja ich soke nur klassen was bannen wir et cetera pp würde ich auch sagen in der letzten runde komm wir wollten aschalanore noch haben komm den wollt ihr noch haben den wollt ihr noch haben kann ich zur not auch noch rumschwenken nein mach du mal ähm ich glaub anub ist beliebter als arthas ok führ den brastron und tasada folgt gerechtigkeit die 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 Diablo und Guldan. Oh yes! Bronze 5, Mann. Bronze 2, Zagara. Bronze 5, der ist wirklich am Ende der Nahrungskette. Der hat wahrscheinlich schon das Tutorial durchgespielt, ne? Wahrscheinlich, ja. Also Guys, das wird nicht einfach jetzt. Wir sind an Niederlagen gewöhnt. Richtig. Sonst kann nichts mehr schocken. Aber wisst ihr, ein Zeichen von Olympia zählt auch nur der Olympische Gedanke. Dabei sein ist alles. Machen wir Frostbott? Können wir machen. Verringert regelmäßig den erlittenen Fähigkeiten Schaden. Soll ich das machen mit Anub? Magie dämpfen? Ich stehe. Wer seid ihr, dass ihr euch mir in den Licht fällt? Ja, ich gebe euch noch 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, bei Guldan müsst ihr aufpassen. Das Q, sobald er 30 Leute von uns getroffen hat, geht das auch rückwärts. Also es schießt dreimal vorwärts und dann schießt es dreimal rückwärts an derselben Stelle. Beiberg, ich muss da unten. Nee, der macht doch Top und Mitte oder nicht? Ich dachte, ihr macht da unten Stress. Ja, muss jetzt alle mitkommen, wenn gegen was sie schafft ist. Allein geht es ja gar nicht. Der Dicke, der zu vier drunter macht da unten Stress. Nicht gleich Kies. Meinte ich. Die Zagara ist nicht mehr hier hingekommen. Top haben wir nicht gekriegt, aber ihr habt unten, ne? Ja gut, dann geh ich jetzt mal runter zu den Guys, ne? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ich komm raus da. Ich hab kein Mana mehr. Wie easycampe machen zu dritt. Aber einer auf der lane bleiben. Einer auf der lane bleiben. Einer, nicht zwei. Oh shit. Oh shit. Oh, sorry. Jetzt ist einer nach oben. Passbar weg. Tod den Lebenden. Das wird ausreichend. Hatten wir nicht jeden fünf Münzen? Hab ich abgegeben. Ach so. Na, stimmt. Ah, jetzt ist keiner nach oben gegangen, oder? Doch, doch. Der Beinebelch ist doch selber schon wieder rum. Ja, aber... Wuh, die waren ab. 6-4. Ah, jetzt egal. Jetzt nicht mehr hingehen. Jetzt nicht mehr hingehen. Oh, Lien. Das war... zu weit. Zwei Münzen. Das ist wahr. Schön rein donated, ne? Ja. Aber ich dachte, man kann das Untertunnel abbrechen. Ja, kannst du auch. Mit E wieder. Da kannst du die Länge bestimmen von dem Untertunnel. Ja, das hatte ich eigentlich nicht vor. Aber irgendwie... Wollte es nicht. Wollen wir Hardcamp versuchen? Jetzt auch wieder da. Okay, nevermind. Jetzt bin ich nicht weg. Ich bin bei einer Rattrop. Ja, das war gar nicht weg. Da wurde ich geboddyblockt. Dann war eine knicke mir. Tschüss. Ah, die Zeit ist gekommen. Vielleicht schon wieder. Jetzt weißt du mal wie das ist. Komm der hat 5 Dinger. Scheiße, eins kriegen wir nicht. Egal, jetzt können wir ein Payment machen. Los. Mali, komm zurück. Zonnt mich. Oh, die sind 10. Ich hab mir die Münze noch geholt. Schmeiß. Geht mal rum, mach mal das Hardcam. Ich kann das alleine nicht. Ja, wir kommen jetzt auch runter. Zum Münzcamp erstmal. Und dann... Guldan. Komm, lass uns mal kämpfen, Guys. Mitte, 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 Mitte. Da können wir jetzt nicht hin. Oh mein Gott, wie hab ich das überlebt. Lauf, lauf, lauf. Ich hab einen guten Job gemacht. Wir payen jetzt hier nochmal. Ich glaub die sind immer noch alle top, können wir es easy von denen klauen. Alle bitte. Noch ich? Nein, du nicht. Mali, die hinten AFK rumstand. Die war... nein. Nö, ne? Überhaupt nicht. Nach uns reagiert. Nach uns reagiert. Nach uns reagiert. Ja doch, wir können unten abhauen. Was hat nämlich keine Ammo mehr. Ich glaub das gewinnen wir aber. Die sind nicht gut. Nein, nein. Ja, wir kommen weg. Kassar da und Anod kriegen die nicht. Hab ich gedacht. Ja, dachte schon. Lino muss payen. Ja, das ist mir klar. Soll ich da alleine in 5 Leute laufen? Okay. Tschüss. Dann heißt es wieder. Ja, viel ist da rein. Wie ist Masmas verkehrt. Man kann nur verlieren. Okay, die sind an der Münze. Und Tagara holen. Ja, ich hab ja. Ah. Komm zurück. Mann, ich hatte einen eingesponnen alleine. Ja. Das ist ein Skill. Mann, ey. Los, Hakem. Hier, helfen. Nicht das easy. Das können wir danach machen. Machen die nach Bosse oder was? Ja, die waren grad noch hier unten. Ich mach ein bisschen. Wenn ich mal ein bisschen. Ah. Oh. Die sind alle oben. Die tremen schon wieder. Vor meinem Leben. Jetzt können wir das easy machen. Einer will ins Camp machen. Die sind oben beim Boss, ne? Wo sind die? Echt? Oben. Na gut, dann. Nee, zwei sind unten. Aber den Malf, den Malf, den Malf, den Malf. Reingesponnen. Der Diablo kommt runter. Hier, Malf for free. Ganz ohne Kosten? Ja, for free. Nein. Ja, wo? Ich nichts mehr hier. Ich bin fast tot. Zahlen, oder? Zwei tot. Jo. Einer oben defen. Einer rückt zurück porten und oben defen. Okay. Einer war zu früh. Ja, das habe ich gerade auch gedacht. Einfach mal unsichtbar dahin stellen. Nee, ich wollte eigentlich auf die D, aber es geht nicht. Ich bin wahrscheinlich schon mal losgekommen. okay. Nimm jetzt ein Entwenden. Guck mal vorsichtig beim Boss. Kann ich vorsichtig gucken, sorry. doch einfach da was rein werfen. Aber nicht dich. Ruhig. Nicht nicht nicht. Weg weg weg. Weg 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 das war keine gute idee ich habe den ring auf frost gesehen er war so verlockend ich wäre auch einfach rausgekommen aber dann habt ihr angefangen zu falten und ein hard camp oder was muss man easy machen außerdem wollen die jetzt mit sicherheit pain die haben ja das kann man nicht verhindern jetzt okay boss defen so 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 Jetzt alle zusammenbleiben. Nach unten. Vielleicht kann man die Limbing abhauen. Ja. Nein. Arthas und Hanoub geht echt gut zusammen, alter Schwede. Ich geh dafür. Ja. Und der Westkissen machen. Hier oben abgefompt. Alle nach oben. Hier sind nur drei. Okay. Egal. In die drei kam ich nicht mehr weg. Wir könnten die trotzdem holen, weil wir sind immer noch in Überzahl. Nein, die sind 20. Nicht vergessen. 20 Soken. Nicht fighten, bevor wir nicht 20 sind. Drück, zurück. Von unten an unser Easy. Ja. Oh. Scheiße. Ich muss nicht raus. Ich muss nicht raus. Nein. Lein. 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 Haben wir alles zum Job für den. Ja. Tsch Tsch. Ja. Das war's. Ganz ehrlich, aber eine bessere Gelegenheit, einen besseren. Nein. 19, 20. Das geht nicht. Wir verlieren. Was? Die können doch ruhig das scheiß Easy-Camp haben. Ja. Du bist übrigens jetzt auch nicht 20. Ja, wenn er alleine reinfiedelt, dann muss er was machen. Ja, jetzt müssen wir uns das vorbei. Nein. Was war denn? Ja. Was geht? Wie aurait's er denn? Die haben mich wieder muy precys습니다. Jahrhundert. Da ist es ein conditioning. Das war ganz schlimm. mitte ihr schon drauf ich hab genug mitte keep da hatten wir ein glück dass der diablo da schon reingefiedert hat core 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 davon offen core nicht ablenken lassen core 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 easy ein win Ich kann schon fast vergessen, wie das so ist. Echt, ich auch.